DJI Jemans Let's Vanish Hey ho Leute, willkommen hier bei The Crew, das ist ein kleines ja man könnte sagen Testvideo, ob ich es denn aufnehmen kann hier in Ultra und so weiter mit 30 FPS ich möchte euch ein bisschen was von der Welt zeigen und ich bin gerade in Monument Wallet und hier ist so eine geile Gegend und die möchte ich euch einfach mal zeigen, das ist einfach nur awesome hier und dann möchte ich auch gleich, bevor ich es vergesse, mir hier direkt diesen Satelliten holen der irgendwo hier sein soll ja ich fahre mal dahin mal gucken irgendwo muss hier ein Satellit sein, entweder hier oder da, mal schauen ich mach mal da hin nein, Blitzreise wollte ich gar nicht hm, okay ich hab den Satellin gefunden na gut dann machen wir das mal so fahren wir da mal hin und dann zeige ich euch gleich mal kurz die Welt und schaut's euch an ach ist das geil hier einfach nur Hammer yes und ich hab mehr Daten jetzt sehe ich wo hier die ganzen äh ja Tests nennt sich das jetzt in Deutsch sind und so weiter ähm ich bin gerade noch auf Erkundung ähm ich schaue dass ich hier überall die Satelliten und versteckten Autos und sowas bekomme ähm und ich nehm euch mal mit auf ne kleine Reise zum nächsten Satelliten ähm ich schaue aber mal wo es grad so schön ist ähm oder wir holen uns das Autochin hier ähm pass mal auf wir fahren nach da oben hin hier sind überall so richtig geile Berge dann schauen wir mal da ist eh grad jemand so die Mitte zentrieren davon hier so in etwa oh mit der Tastatur ist halt echt behindert so dann fahren wir da mal hin ich hab grad einen Geländewagen genommen äh ich denk mal ich werd gleich noch auf meinen Street Wagen wechseln ja und dann zeig ich euch mal ein bisschen hier die Welt von The Crew von den USA oh man ist das geil hier schaut euch das an und wir queschen hier mal eine Runde oh verdammt tschüss okay das war nicht geplant aber es geht weiter alles klar ähm fahren wir hier mal durch die Savanne und ey boah das ist einfach nur so geil gemacht guckt es euch an ey einfach der Hammer so geben wir mal ein bisschen Gas ja das sind immer ein ganzes 17 Kilometer die wir jetzt fahren müssen so ähm Street Wagen hier zu benutzen wäre ein bisschen blöd deswegen äh Geländer hier auf diesem Matsch mit einer trockenen Savanne und ja hier die Berge und alles ist einfach nur geil gemacht und kommen wir jetzt auf eine Straße ja aber nur für Geländewagen na gut okay fahren wir noch mal eine kleine Runde und ich hab auch meine Crew zusammen und zwar mit Savanne und ähm ja jetzt weiß ich nicht wie man weiß sorry wir werden auf jeden Fall bald Videos bringen hierzu äh ich hab schon ein bisschen was gespielt die anderen müssen noch nachholen ähm naja gut ich weiß nicht ob man das noch von neu anfangen kann da müsste ich da mal schauen und jetzt sind wir auf der Straße da wechsle ich mal mein Waage weil ich hab keinen Bock mit dem Geländerwagen da fahren wir doch lieber mal mit einem schönen Lamborghini einen aufgetunten das macht doch einfach mehr Spaß jetzt darf ich meine Fahrkünstliche zeigen die nicht vorhandenen naja schauen wir mal hier hab ich mir eine Goldmedaille geholt uhu ich muss auf der Straße bleiben ich werd's jetzt 100% verkacken während der Aufnahme ich seh's jetzt schon na guck vielleicht schaff ich einen neuen Rekord wahrscheinlich nicht hoppa lalalalalala los nicht von der Straße runter es gibt mir wieder Minuspunkte oh 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 ja mein Rekord wird's nicht na na ja ok schade oh 38 ja aber das bin ich noch nicht naja gut weg damit weiter geht's ja mal ein bisschen Gas hier zehn Kilometer noch ich möchte die Aufnahme auch nicht zu lange machen ich will's vielleicht sofort hochladen und dann mal schauen wie's auf YouTube ist aber ihr dürft auf jeden Fall äh bald mehr Videos hiervon sehen also die Lenkung mit der Tastatur ist echt ey da braucht man Training für also es ist nicht einfach aber ich fahr immer nur mit Tastatur von daher ich mag das ziemlich und ich mag auch die Herausforderung von daher passt das so und hier gibt's was zu erkunden uh schauen wir mal so Greystone Ruinen aha das ist auch ziemlich geil hier kann man überall äh dieser Hotspot schauen und man sieht was so in den USA so alles ist das ist übelst geil und dann ist das auch noch so geil gemacht auf Ultra ist es auf jeden Fall kann man es sehen auf jeden Fall ist zwar nicht die allerbeste Grafik aber trotzdem es ist einfach so riesig und so viel da kann man echt mal ein Auge zudrücken weil ich weiß nicht ob das sonst jeder PC schaffen würde da vorne können wir noch was schauen und bam bam oh oh wow wow brecht doch nicht so aus oh hier ist ein verstecktes Auto oh oh andere Seite ok dann holen wir uns das direkt mal Bonus Auto müssen wir erstmal alle Teile sammeln naja da vorne irgendwo hier irgendwo versteckt sind sie immer gleich hier rein guckt ja im Hinterhof wirklich ah da vorne ja du so 3 von 20 in diesem Gebiet ok in dem Gebiet habe ich jetzt noch nicht ich bin wie gesagt gerade alles an meinen Kunden schauen wir mal weiter äh achso wir konnten doch irgendwo da hinten schauen wir uns das auch direkt mal an was das denn so schönes ist oh so St. Phil ok meine Fresse es gibt so viel hier und Las Vegas und so oh da dürft ihr gespannt sein weil da werden wir auf jeden Fall auch nochmal herfahren und vielleicht mal ähm eine größere Reise machen ok hier eine fette Kirche na gut fahren wir mal weiter wir haben noch 7 Kilometer vor uns dann gehen wir mal Chaos dann gehen wir mal gas v dann gehen wir mal Chaos dat ging aber grad noch so ob wir gecrashed sind ab und zu ist das so geil da trifft man ja einfach leute und macht mit den rennen oder so ach das ist so hammer auf jeden scheiß habe ich jetzt keinen Bock ja question ist ja ganz schlimm also hier muss man echt so viel bremsen aber dann kommt man echt gut rum wenn man es kann ja aber nicht so wie ich für das was war das denn moment das ist ja schon irgendwo hier der satellit schauen wir mal auf dem hervor denn sein könnte dann sollte der satellit gleich auftauchen und die musik ist auch geil 10 jungen brücke hat man hier nicht so alles findet das ist einfach nur geil aber vor allem die berge hier noch dazu aber das sieht so geil aus also ganz ehrlich auch wenn es jetzt ein paar server abbrüche gab zum start mal wieder wie von ubis kennt man ja nicht anders ich muss sagen das spiel ist einfach nur hammer und macht so viel spaß so der satellit link da fahren wir noch hin dann lade ich auch schon das video hoch mit dem auto ist das ein bisschen blöd moment hier wieder auf dem gelände wagen schauen wir mal hier vorbei wie komme ich denn da hin hier vielleicht ja davon ist doch alter scheiße okay das auch verdammt ja leute ich glaube wir dürfen doch mit so alter ist das aber auch geil ja was ne hammer schlucht das war aber nicht geplant alter wie geil das aber auch hier ist leckt mich doch am arsch hammerhard hat so aber wie wir da jetzt hochkommen keine ahnung jetzt mal mal schauen wir fallen auf jeden fall mal durch die ohr durch die echt geile schlucht hier haben holly fucking ist das geil da würde ich echt meinen ich einmal gerne rum fahren oh ja wie komme ich denn da jetzt hoch ja das wird noch eine kleine rundfahrt wie es aussieht aber auch geil 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 boah fett der stein da oben geil echt oh ich liebe diese welt ich muss es einfach sagen und ich glaube man hört es auch oh man merkt hier gehen die frames einbrüche aber runter ähm ja er fährst halt machen wir das mal eben noch muss ich auch ne jetzt sagt bloß das zu ladern äh nein nein die dinger sammeln oh ich hasse das ich hasse es ja ich habe falsches auto dafür kannst knicken ich glaube ich nicht vor allem war das glaube ich hier noch nicht mal meine stufe ist die dinger ja auch noch weh vielleicht schaffen wir ja noch vorgesehen mal wahrscheinlich nicht das reicht doch nicht verdammt naja falsches auto noch nicht meine stufe hier von daher egal da kann man vielleicht hoch hier kann man aber auch nicht mit top speed fahren echt blöd wo ist das denn hier beim berg nein nicht runter rückwärts und die bäume ist das geil gemacht weil man kann die riesen welt überall befahren das sind echt kein ende das ist so viel einfach mal die komplette usa hier geile schluchte ich habe das gefühl wir müssen dahin hoffe ich wenn der mich hinführen ist ja doof er hat navi ist auch so eine sache hier einfach nur geilen der himmel dazu macht spaß und wenn man hier so eine crew hat oder einfach mal mit mehreren leuten hier fährt er ist das so geil alter einfach mit mehreren leuten das hier zu erkunden aber das macht so spaß ja dann schauen wir mal jetzt bevor ich hier einer von es hat auch hier ist ja alter ist dass geil Hammer Einfach nur genial Also Leute, das ist echt eine Kaufempfehlung Und wenn ihr mit mir fahren wollt, dann holt euch das Wir treffen uns ingame irgendwo und fahren hier durch die ganze USA Ihr müsst bedenken, wir sind diese ganze Strecke hier gerade gefahren Und die Welt ist so riesig Oh, was ist denn das jetzt? Oh cool Und die Welt geht von überall hier Und man braucht, glaube ich, von einer Küste zu anderen eineinhalb Stunden Um da hinzufahren Und wir sind gerade von ungefähr hier etwa bis hier oben hingefahren Also Da könnt ihr euch mal ausrechnen, wie riesig diese Welt ist Und wie wenig ich erst erkundet habe Alles dieses Graue habe ich noch nicht erkundet Aber dieser Boah Das ist, glaube ich, meine Lieblingssecke gerade hier Echt? Wow Das ist einfach nur geil, ey Gut Damit war es dann auch mit der Aufnahme Und ich sage mir bis zum nächsten Mal Haut da rein und viel Spaß euch beim Zuschauen Oder ja Gebt mal ein Like oder so Wie auch immer abonnieren Ne, kennt das Ganze ja Also bis dann Tschüssi solitary hier Bitte wie auch immer die die haben ja das ist, erg vio gonna am B